so moin leute was geht ab wir sind zurück zu einer neuen folge von trainer go und leider wird es heute keine lange folge denn ich bin euch ein paar informationen schuldig und zwar zum einen was war denn gestern los ganz einfach ich hatte keine zeit das ist halt doof wenn man mittwochs ganz spät von der arbeit heimkommt und dann keine zweite art so ist das etwa zu beschreiben freunde es tut mir leid aber dafür ist ja morgen wieder ihr wisst crassester livestream of the world also sei auf jeden fall ab 19.30 am start denn dann geht wieder ab und zwar richtig hart ja das reicht so freunde passt auch so war ja nice freunde passt auch ich wollte dieses video im prinzip nur im rahmen dessen machen dass ich euch erzähle dass ich morgen denn streamen werde das morgen energie event ist deswegen unbedingt eure energie sparen ich gebe auch nur das nötigste für die quest aus deswegen guckt euch noch mal kurz die events anwarte ich zeige euch gleich noch mal kurz die event wie gesagt wird kein langes video deswegen braucht die gar nicht oder so allerdings wie gesagt wollten nämlich heute kaum energie verbrauchen und die schon mal sparen für morgen wir haben 36 brot oder so keine ahnung irgendwie sowas und was wir dann auch morgen ein bisschen rambazamba machen können was passiert ist allerdings es sind neue lichter am himmel erschienen und zwar meinen einige leute hier mr frost und mir langsam konkurrenz machen zu müssen denn der liebe libanau und der liebe kava die beide immer noch nicht in der worte gruppe sind von der gilde was richtig dumm ist rücken uns langsam da oben auf die pelle haben auch tatsächlich schon irgendwo mal in den duellen gegen uns gewonnen beziehungsweise gegen mich deswegen bin ich dann gestern auch nur auf rang drei gelandet bei der liste was ich total weg fand mir aber natürlich heute abend platz eins hole morgen mal gucken je nachdem wie es denn dann voranläuft was ich gerade mache freunde das kann ich euch ja schon mal erzählen posten passen sie passen sie als hier im allianz sammlung versammlungsdings kaufe ich mir die samtglocken auf denn dann kann ich bei christia hier unten das hier mal freischalten oder da oben wahrscheinlich erstmal hier unten macht mehr so was ich nicht verstehe dass ich nicht mache wahrscheinlich insgesamt wohl wollen wahrscheinlich so irgendwie werde ich dann sehen wie das funktioniert ansonsten könnt ihr es mir ja schon mal erklären hier das hier lasse ich alles soweit erstmal offen bei quasi kommt auch gut voran da können wir ja gerade mal wieder ein bisschen polieren gucken ob da aus 500 polier stein denn was raus bekommen denn morgen ist ja wieder gildenkrieg spezial angraubt endlich und dann können kann es morgen wieder richtig abgehen ich brauche als am liebsten noch einen guten verteidigungswert am besten durchbrochen muss aber nicht könnte ich nehmen war aber nicht weil ich möchte auch durchbruch gehen bei verteidigung dann ist nämlich unser rekt war so weit schon fertig 68 das war doch bestimmt nah dran glaube ich mal gucken ob was höheres rauskommt 55 50 50 leute brauchen eine hohe verteidigung noch mal 64 war alles was über 68 ist nehmen wir jetzt alles über 68 nehmen wir alles über 60 nehmen wir 74 das sind das will ich jetzt wahrscheinlich wissen kurz taschenrechner rausholen 99 mal 0,8 sind 79,2 ok also müsste es bei 80 sein und durchbricht also sind jetzt auf dem wert von 618 der ist schon mal richtig fresh attacken kommt selbstverständlich auch noch wir sind gerade wir haben die aus spanien ist bescheid bei quasi damit bei 672.000 power und noch nicht mal hoch hier können auf 21 machen aber das mache ich nicht hier fähigkeiten das sollte nicht gesperrt werden hier das wird gesperrt was könnten wir denn noch theoretisch für fähigkeiten durchbrechen oder beziehungsweise kann man denn überhaupt sehen was für fähigkeiten man durchbricht ja man sieht nicht was dann da mutiert aber delta wind ist auf jeden fall erstmal das wichtigste das ist schon mal klar das wird auch definitiv bleiben lugia bin ich auch gerade ein bisschen am nachziehen weil lugia ist auch fresh und macht weiterhin guten der match so da haben wir das auch erstmal wieder alles auf 80 wer ist denn eigentlich aktuell im hauptquartier war nett ne leute wisst ihr was da packen wir mal wieder lugia rein weil da kann lugia in friendship auch schon mal ein bisschen nachziehen hat lugia noch die fähigkeiten ich glaube es hatte noch die fähigkeiten ich bin mir nicht ganz sicher ja die fähigkeiten er hat es noch theoretisch müsste man dann noch ein vierer vierer noch nachziehen hier gerade elementar energie verkauf jolo jawohl jawohl so perfekt noch mal besseres lugia zwei sloths bleiben offen weil ich dumm bin und das nie richtig gemacht habe da an dem punkt wo ich das lugia da gerade hatte deswegen aber freunde wie gesagt es sollte kein langes video werden ich wollte euch darüber informieren dass hier events am start sind auflade geschenke ab 1000 diamanten goldfisch selbstverständlich auch change fahren aktuell kriegt ihr hupa nur für den schnäppchen preis von rund fünf bis 600 euro hier wieder geschenke die ihr euch kaufen könnt da energie sogar zu kaufen 180 für 480 diamanten ist nicht unbedingt wert macht das nicht mega mit dem steine 15 stück für 900 auch nicht unbedingt wert und wichtig oder an die freude fünf tage hintereinander aufladen kriegte zwei von den tickets jeweils und wie ihr wisst bringen diese tickets sehr sehr viel denn mit philippa kriegt ihr 15 500 diamanten und mit boot boot egel kriegt ihr 50 universal fragmente das heißt das wäre schon mal 100 dass wir noch mal 1000 mal das doppelte weil man es zwischen 12 und 2 macht also noch mal ordentlich viele die dies und noch mal ordentlich viele universal fragmente deswegen nutzt diese events es sind fünf tage 5 euro ist nicht viel wer das geld hat sollte es auf jeden fall sich überlegen ob man das denn macht denn es lohnt so hier warten wir noch mal auf eine mission heute und ansonsten freunde ich würde sagen danke fürs dabei sein danke fürs zuschauen wir sehen uns hoffentlich morgen im live stream 19.30 schaltet ein special guest ist dabei ich freue mich drauf ihr macht's gut ich bin raus peace out und ciao